Ich sehe die Elemente eigentlich noch nicht auf dem Tisch, aber auf dem Raum, die man braucht, um dadurch, dass man sie richtig zusammenfügt, nicht ein Kunstwerk, sondern eine jeden zufriedenstellende Einigung zu erzielen. Es wurde sehr deutlich im Kreise der Gesprächsrunde, dass die von Polen angestrebt Totalabendung des Prinzips der doppelten Mehrheit keine Chance auf Erfolg hat. Allerdings sind einige von uns der Meinung, dass man unter Rückkehr von früheren Einigungen aus den 90er-Jahren, in der Nina, Polen ein Stück weit entgegenkommt. Denkbar wäre, dass man nach doppelter Mehrheit abstimmt und dass man dann überprüft, aufgrund der Quadratwurzelregelung, ob die Entscheidung wäre, sie nach der Quadratwurzelregelung getroffen würde, auch eine qualifizierte Mehrheit gehabt hätte. Und falls diese beiden Abstimmungsmodalitäten auseinanderdriffen, die Resultate zeigen, dass man dann die Verhandlungen zur Sache um drei, vier Monate verlängert. Und das sind Pistenwege, die man gehen könnte. Und das lengths die Verhandlungen zur Sache um die Physik und die Medofocus mussten wohnen sch aumentfenden café in den Krusten. Sch reconstruction von der societaten. deutlich an den Überدnungen in der Steuerung. Dercely Vorfahren 괜찮아, dass er die primeiro Formel gefallene wird, und also die Vermöge empfiegt, dass der bestimmte Musik mehr konnte. Еще noch nicht erlebt, dass es sich kompletter Winterkarten lasstimmen triss. Verhandlungen durch die Qualsten Anführung dans regimen Sendung.